Hallo meine Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen im Zirkus Charles Knie und das ist mein Freund Luigi. Hallo Luigi, wie geht's? It's alright! Wir gastieren mit dem Zirkus Charles Knie auf dem Messingländer in Freiburg von Freitag dem 24. bis Sonntag den 3. Oktober, haben wir insgesamt 10 Spieltage, also mit 20 Shows. Und bei uns im Programm ist klassischer Zirkus zu erleben, ganz viele Tiere, Clowns, Artisten, internationale Künstler, teilweise auch in Monte Carlo beim Festival ausgezeichnet. Tja, und so haben wir eigentlich einen ganz bunten Mix, der für alle Altersschichten, alle Altersklassen gerecht wird und dementsprechend freuen wir uns nach zwei Jahren, wir waren 2008 schon mal in Freiburg, mit sehr großem Erfolg, dass wir jetzt wieder hier sein dürfen und sind gespannt auf die 10 Tage hier auf dem Messegelände. Das ist Steffi und Manta, das sind unsere zwei kalifornischen Seelöwen und gastieren zurzeit in Freiburg und da kann man unsere kleinen Damen auch begründern. Ein Highlight ist mit Sicherheit die große gemischte Hauptnummer von Alexander Lacy. Er ist in Monte Carlo ausgezeichnet worden für seine Darbietung. Wir haben Seelöwen, die sehr selten zu sehen sind in der Show und es gibt ein Showballett, es gibt ein Liveorchester, also es ist wirklich richtig großer, traditioneller Zirkus. Wir haben Seelöwen, die sehr selten zu sehen ist. Wir haben Seelöwen, die sehr selten zu sehen ist. Wir haben Seelöwen, die sehr selten zu sehen ist. Wir haben Seelöwen, die sehr selten zu sehen ist. Wir haben Seelöwen, die sehr selten zu sehen ist. Untertitelung des ZDF, 2020